ja die jungen leuten haben jetzt kommen jetzt einer weiteren aufnahme von mit europa tor kraft die lüge sein markus und gut und ich würde sagen wir haben den weg mit der nächsten abkommett durch aber hatten wir auch nicht schaden sollen die fünf märz brauchen noch kommen die durchkriegen den nächsten mal machen können und setzt neue Räume Moment ja oder ist uns von von auf die ist von uns hier er ist gut und ich habe uns verbraucht da können wir aber Gott Alterserlinie vorhin im Ausfalle da wurde es schlagen weil er hat es auch noch fast geschafft dass ich dadurch überlebt ja zu mir was sagen soll auch für uns er das ist in Berlin geschlechter Leute aber Junge Alter ich hab dich gerecht ich hab dich gerecht ist mit mir drum er tötet mich einfach die ganze Zeit auf First Jump Alter du gehst gleich so ein in die Fresse rum ist halt ein Noob im ersten Sprung ey das läuft nicht heute ne heute ist ja ich ne komischer ist aber auch ne behinderte Startmap irgendwie so dafür oh Alter ich würde du bist so scheiße ne ja ich weiß ich hab dich auch liebste wenn nie oh nein oh ich fall durch und sterb trotzdem ja das ist mir auch schon 20 mal passiert ja das passiert mir auch die ganze Zeit aber es regt ihn übelst auf einfach Alter boah Junge boah ich schaust ja oh mein Gott was hast du gewonnen ja ja ich hab gewonnen haha ne oder ne oder danke Leute haha oder ne ne ich hab ich nicht scheiße alter ist vorwiegend so schlecht Sven was du das oh mein Gott alter ich dachte schon du hast gewonnen Alter ich dachte ich hätte auch gewonnen aber dankeschön aber dann muss man da nochmal hoch springen aber ich wusste es nicht jetzt weiß ich es aber ja eigentlich ist die Technik gar nicht so schlecht ja man übelst oh ich hab's wieder Futur du musst mich öfter boxen ne hast du ich komm mal hier hoch man das ist doch voll unmöglich ey du kommst nicht dran verweis wir haben es schon probiert ich bin schon zweitmal geschafft Markus hat es schon ein paar mal geschafft Alter und ich hab's auch grad wieder geschafft was soll sein man Futur es geht so viel steht auf jeden Fall fest es geht kann man da hochkommend ist für mich wenn sie nicht muss die Reden müssen zu kriegen natürlich geht es jetzt gar auch wieder geschafft die 100 hat es mich hier gefällt da ist weiß nein ich hab's wieder geschaffen ich hab's auch schon wieder geschafft oh 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 ich hab's auch mein Gott das war er ich hab's nicht geschafft jetzt sogar mit Trophäe ihr Bitches aber nicht ich hab's schon mal nicht gehabt ich komm nicht mal runter das ist doch behindert ja Sven hat's geschafft oh ist das geil war mal so ja aber du hast dann immer den Last Show gefällt ja wenn es nicht geht ich hab's ich hab's dritten ne ich hab's dritten ne ich hab's dritten dann hauen wir mal hier wieder einen Punkt drauf dann hauen wir wieder meine Trophäe rein und wie heißt die nächste Map oh staff meeting oh mein Gott oh mein Gott 3 2 1 dankeschön da piste ich endlich mal ohne witz sei doch mal nein nein wo ist denn das scheiß teil warte michael hä wo ist denn das teil mann was denn komm mal hier weg alter pick das nicht man das überlebe ich nicht normal ja wie schafft man das denn dann ist es glaube ich einfach nur für den arsch dessen ja du kommst hier nicht runter ich hab den weg ja wirklich aber ich habe kein leben mehr wenn hatten auch du bist total freundlich mal kurz deine mutter ich habe ihn einfach schon länger wie du futur ja ich bin schon wieder unten bitte aber es regt mich auf dass man die ganze zeit in diesen spinnnetzen hängt es regt echt übel auf ben gib gas er ist einfach wieder gestorben da habe ich gesagt dass ich gerade aus runter du arschgeilge auf die piste ich du hund so mal ohne witz wo hast du angefangen halt die schnauze weil du immer anfängst man ich habe gesagt du sollst gerade aus runterlaufen jetzt bin ich tot ich habe gesagt gerade aus Frieden aber ich bin wieder tot Frieden Friede, Freude, Eierkuchen kannst du mal anders machen gerade aus runter ja dann lauf halt man jetzt ist dich doch du hund ich habe die aufgeschlagen hast du gar nicht also das hat sich wieder entfernen alter alter der tötet mich so jetzt hier ist so jetzt jetzt die ecke der hier ist halt hier ist halt richtig mies das ist nichts das macht sich ein bisschen aggressiv das ganze hier ich bin grad zwar wieder ziemlich gut dabei nein ficken ach ich bin noch nicht mal da unten bei den figuren und bei den figuren kommt einfach noch mal ein Charmin run habe ich gerade gesehen ich glaube wir müssen das hier cutten wenn wir alle folgen schaffen wollen also alle werden in einer folge hier wann haben wir angefangen vor zehn minuten hätte ich gesagt bei mir lädt aber auch die map übel nach was zur Hölle kann dran sein dass ich noch mehr gut noch eine minute lade ich hoch und dann müsste es ja besser laufen besser an ping wie marcus er ist ja mein server ja also sollte eigentlich überhaupt keine probleme bestehen ja ich lade aber gerade minecraft hoch das könnte erklären warum ich so wenig fps habe dass du verpistig ich mach gar nichts magst du bist ein ich meine von da wo du bist das nicht mehr kannst du hier umbringen da war ich auch schon gestanden wo du weißt das für uns ist noch da so auf die pp ins Knie ja aus der Schilder überwürdig manöver aber ja genau dort nur die Figur für die Leif sagt alles der Missgeburt nein warum bin ich nicht gesprungen alter der darauf hochzuladen Ja, ich bin fertig, er verarbeitet ja schon. Ja, warum? Bei mir läuft es schlüssig, Alter. Alles ist halt, Alter. Scheiß, Peter. Ja, aber du bist auch nicht gesprungen, Markus. Du ging es mir ja auch. Ich bin sehr mir, man konnte mich auch nicht springen. Weil Mike hat gesprungen, oder so. Ich habe irgendwie noch halbe FTS-Zahlen, wie normalerweise auch. Ja, ich muss so. So, komm schon, man muss jetzt. Zack. Ja, bro-like. So, und jetzt mal gucken, wo Futur steht. Gut. Oh no, no, no. Ich bin nicht gesprungen. Wuhu. Man merkt immer, wenn man stirbt und man hat die Map neu lädt, dann gehen die FPS auf einmal down, aber richtig. Was? Ich bin drüber, Alter. Warum kann man beim zweiten Sprung drüber springen? Das ist voll behindert gemacht. Muss ich jetzt auf das Grüne springen? Ich würde auf Spinnen-Netz springen. Ja, und dann? Wo bist du? Ne, du musst auf das Spinnen-Netz springen und dann von dem Grauen auf das untere Grüne springen. Ja, alles klar. Es ist richtig knapp, aber es geht. Hey, wie habe ich denn das gerade überlebt? Du meinst das Schwarze? Das ist nicht Grau. Nein, nein, du musst das Grüne treffen unter dir. Ich weiß. Oh, Mann. Das ist richtig behindert. Das geht, glaube ich, nur, wenn du springst und nach voll gegen das Graue Obere fliegst mit Vollgas nach vorne und dann hoffst, dass du quasi auf dem Grün landest. Das hat mir jetzt auch erst einmal von vier geklappt oder so. Alter. So, jetzt, glaube ich, haben wir ungefähr 15 Minuten. Ja, machst du den Grad rein. Ne, jetzt noch nicht. Äh, Markus, wie machen wir es jetzt? Ja. Machst du erst dann. Die Map ist einfach viel zu behindert, dass man hier noch trollen sollte. Ich darf nur nach links und nach rechts laufen. Ja, ich weiß, ja, ich habe die nur Zeit gelassen. Dieser Schumpf ist so scheiße. Dieser in schwarz ins Grüne? Nein, der danach. Der von schwarz auf grün habe ich jetzt schon zwei, dreimal geschafft. Der danach ist behindert, aber richtig. Weil das so ein Schumpf, den schaffst du auf Millimeter genau quasi, weißt du? So ein Ding der fast Unmöglichkeit. Yes. Du musst dich fallen lassen? Ja. Ungefähr. Und dich bewegen. Der ist richtig behindert, Markus, wo du jetzt bist. Das ist so ein Ding der fast Unmöglichkeit. Muss ich, äh, auf den Spinnennetz? Du musst auf das Spinnennetz. Ja, alles klar. Alter, er schafft es einfach first try. Futter, bring dich um. Nein. Ja, ich würde jetzt umgehen. Äh, muss ich jetzt hin. Aufs Grüne? Ich habe Sprint, ich habe Schiff gedrückt statt Sprint. Behindert. Boah, Alter. Alter, Markus rockt die Map, wenn er so weitermacht. Ja, da kommt noch der Jumpen. Aber ich würde sagen, wenn man die, die, die Spinnennetz, wenn man auf die Figuren kommt... Ja, genau, auf der ersten Figur können wir einen, können wir machen. Sprung hier. Ja, auf der, auf der letzten Figur können wir echt machen. Oh mein Gott. Also wenn du jetzt auf der Figur bist, Markus, dann darfst du Frontpoint. Ja, das ins Frontpoint setzen, weil es ist ja... Es dauert sonst so lange, ja. Ja, das ist gut, dass wir das vorher ausmachen, bevor einer da ist. Oh, ich habe wieder diesen Unmöglichkeitssprung nicht geschafft. Markus, du bist so geil, dass du den beim ersten Mal geschafft hast. Ja, mir den schon viermal gefällt. Reicht der jetzt? Der ist doch nicht schwer. Der Sprung geht gerade so, der ist so berechnet, dass die maximale Sprungdistanz ist. Du musst irgendwie einlaufen hin, springen und halt die ganze Zeit auf diesen W drücken. Ja, natürlich, wenn du Vollgas gibst. Aber du musst auch am allerletzten ein Pünktchen des Blocks, wo du wegsprings, losspringen. So, wo ist er denn da und der? Das gefällt mir nicht, wer der wagt ist, das gewinnt, ey. Naja, dann kann Futur mich schon mal nicht mehr besiegen, dann kämpfen schon nur noch die beide, das ist schon mal okay. Nur wenn Futur jetzt alle gewinnt... Ne, es sind nur noch vier, ne? Ha! Die Bitsche sind unter mir. Alter, nein. Ich habe eh schon gewonnen, geil. Ja, kann nicht nur gewinnen. Nur noch unentschieden machen. Das ist jetzt nice. Oder? Ne, vier gibt es nur noch. Vier oder fünf? Vier. Glaube ich. Ja, zumindest war es, glaube ich, fünf am Anfang, hast du doch gesagt. So, jetzt bin ich hier auf diesen scheiß Unendlichkeitsprung, ne? Yes! Oh, warum soll der unmöglich sein? Das ist ein normaler Vierersprung. Richtig? Der Sprung ist so gemacht, dass du es gerade so schaffst, Futur. Du musst erst mal da hinkommen, bevor du mitreden darfst. Da war ich eben. Ich habe dann nur... Nicht Sprintgeizwürfel, sondern Schiff. Mich am Arsch, Alter, war der Gott, ne? Boah, ich bin jetzt auch gleich auf der Figur. Ich darf auch gleich das Bombenkonzetten. Mag ist es schon rum? Ja, ist mir egal. Wenn du jetzt stirbst, dann bin ich wieder vorne. Aber was für eine Logik. Oh man, ihr Pisser! Ähm, scheiße. Hä? Die Figuren sind irgendwie auch ein bisschen johler, ne? Och, du Scheiße. Ähm, stets nicht. Ohne Scheiße, die Figuren sind einfach nur Leitersprünge. Ding schon. Oh fuck, Alter. Nee. Bin wahrscheinlich falsch gelaufen. Bullshit. Nein! Vielleicht jetzt. Komm halt, Mann. Jetzt bin ich direkt in der Markus. Und bin wieder ganz oben. Gut gemacht, Voto. Ey, das wird, glaube ich, ein echt hartes Kopf-an-Kopf-Freundern hier zwischen uns, Markus. Ich bin dafür, dass wir nicht schlagen uns. Ich bin schon direkt... Ich könnte dich die ganze Zeit schon schlagen. Ich mach's aber gerade nicht. Ich bin dafür, dass ihr euch flackt. Die Map geht schon lang genug, Alter. Dass ich die Chance habe, nach unten zu kommen. Ich hasse so Jump-Maps. Lieber droppen. So, das kann ich. Einigermaßen. Sicher, dass wir dahin müssen? Ein Plan, Plan. Ach fuck. Dieser Sprung ist so scheiße. Das ist auch so ein Unmöglichkeitssprung, Alter. Ja, ich hab ihn zum ersten Mal geschafft, aber... Hast du geschafft? Nee. Ah, ich bin wieder vor dir. Ihr könnt es da unten jetzt testen, solange bis ich endlich mal runterkomme. Das ist ja furchtbar. Also an sich sind das alles verdammt einfache Sprünge, ne? Aber der Sprung hier wird mich ficken, glaube ich. Nein. Haha. Haha. Na, du musst Posti-Taktik. Ich mach die Profi-Taktik. Scheinlich ist es so gewollt und der andere ist gar nicht möglich. Warte, der ist möglich. Ich hab schon gesagt, oh fuck, Alter. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, das ist die Frage. Beim letzten wusste ich auch nicht, wo ich hin muss. Und dann war ich irgendwie, keine Ahnung wo. Ich hab die Profi-Taktik. Erstmal die ganzen unteren Stellen abchecken. Nein. Dann. Dann hast du schon ne neue Map, falls wir die durchkriegen. Äh, ne noch nicht, aber die finden wir schnell. Ja. Ah, Markus, Alter, ich find nichts. Alter, sprintet er nischt. Oh, jetzt halt er nicht, sprintet der Bastard, Alter. Oh, ich hab's gefunden. Nein! Nein, tot. Aber ich weiß wohin, ich weiß wohin, jetzt mach ich dich fertig, Digga. Ich weiß den Weg. Und du nicht, das ist mein Vorteil. Aber ich bin auf der falschen Seite geklettert und dann kam ich nicht mehr zurück. Aber wir müssen ausführen. Nimm, 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 nimm. Ja, Foto, du hast keine Ahnung von, was hier reden, Alter. Also halt einfach mal die Fresse. Nein! Warum schaffen die jetzt nicht mehr? Ich würde an deine Stelle übers Tee springen. Ist einfacher. So, und jetzt halt unten, wo ist das Spinne net? Da. Aber es ist auch sau schwer zu sehen auf dem Boden, wo das ist. in der Woche und wenn sie mit mit da 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 so leute ich würde sagen es war es dann auch wieder mit der folge aber die anderen wieder das hat zurück es ist geschafft das wollen er würde mich mal dann würde ich sagen wir müssen in der nächsten folge wenn es dann weiter geht mit von haus und bis dahin